ja servus und willkommen zur gruppentherapie ich bin euer therapeut mackgurag und diese therapie hier ist kostenlos wir sind hier aber let's play evo land 2 und versuchen es gerade noch mal mit der lieben jack frost hier anzulegen und zwar das ist der boss der wikinger und wehrten schneemann so hier noch mal herausfahren so die idee ist also wir müssen dinge sammeln und kombinieren und damit schaden machen so die frage so gucken lassen wir uns zeit haben wir keine zeit hier könnte wir tauschen warum sollten wir hier tauschen aber da mehrere in einer reihe bekommen gut dann macht man das nur weil er das gesagt hat natürlich nicht wo haben wir uns jetzt hier gerade die tauschen ich tausche aber lieber den damit den da machen wir es ein bisschen schaden es war nicht viel aber ein bisschen ok wir sollten steinchen sammeln er sagt die beiden tauschen also die frost dinge nicht tauschen auch wenn ihr das sagt das ist ganz großer quatsch lieber sowas tauschen macht schaden hier zusatz zu wieso kriegt ihr immer zusatz züge an die wir sind dran so noch mal grün 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 ein schaden mitnehmen als zusatz zu genau weil das waren jetzt vier und einmal ja wo wir gucken müssen den tauschen will immer noch vorschlagen habe ja kein bock so der hat noch eingefroren er wird das ist dann drüber anrufen bleiben jetzt so haben wir wissen ein bisschen schaden war ja noch nicht angefangen zu greifen einzugreifen das ist unser großer vorteil und haben wir haben ja aber jetzt hat er angegriffen und das wird gleich aber und auch zusatz zu so brauchen wir was die da oben tauschen das friert uns bloß wieder ein das tauchen wir immer so rum jetzt haben wir den menus nämlich hier der mädel macht viel schaden wenn man viele rote in einem taro haben so wie hier sowas ja ok wo ja wenn man eine 4 kette machen das ist immer super 4 kette eisen bis zu dazu genau ein bisschen schaden ist dann doch verursacht weiß ich vielleicht den ja rüber den ja rüber oder lieber den da drüben hier aber lieber den da drüben auch wieder schaden genau auch mal zu dazu gekriegt ja diagonal tauschen wäre super kann man bloß nicht oder könnte ihn ja geht nicht gelber gewesen übrigens hat man nur nicht so gesehen lieber klein viel mitnehmen grüne wäre super aber 20 auch definitiv grüne und zwar da ist es viele grüne in einem hier mal zwei da mal ein dann mal lieber den ja unter heilung gekriegt wenn auch nicht groß viel ok ja die kümmertaut mit dafür rot wäre super oder grüne rote ja das ist super gleich zwei mit einem anderen schaden so mir noch die mädels würde ich einsetzen aber auch noch nicht genug rot im spielfeld naja jetzt würde ich gerne minus einsetzen und zwar hier wird hier oben mit dem ja und da war er da auch die schaden gemacht und noch mal der zusatz zu kia wo schaut sie noch die beiden tauschen da ist die einzigste mögliche groß haben ja da war der mit der schlafer pass er kann aber sein zeug nicht einsetzen hat trotzdem gemacht ja und da setzt man die hier ein die damen wieder immer drei grün wird einmal 15 heilung kürz das wird uns jetzt nicht den arsch retten aber wir haben noch mal da haben wir ja auch noch mal zwei jetzt waren ja auch zwei aber die ganz unten hier einfach mal und noch mal eine heilung recht sie ist ja gar nicht mal so schlecht aus sie gerade hatte hat oder 45 ja müssen wir mal mehr heilung kriegen hier genau die noten so er bräuchte noch die beiden tauschen aber viele frote nicht viel rote allein ja das gleiche so und dort sagen wir haben bis 48 runtergekriegen ist doch unglaublich mit den die super leistung weiter trainieren aber wir brauchen definitiv noch level ab habe ich festgestellt das wird alles so nichts dann kannst du so echt knicken wir müssen mal schauen wir weiter also mit john schnee da war schon unser bester durchgang der der war fast erledigt gehabt er hat ja eigentlich nur noch nur noch gezuckt zu sagen aber definitiv noch level ab wir brauchen definitiv irgendwelche sachen mit dem level ab bekommen ich habe bloß noch keine idee wie große kämpfe haben wir momentan nicht ja ja völlig quatsch hier da waren wir noch eine richtige zeit in der zukunft der zukunft ist alles getaut drehen wir mal eine ehrenrunde wir müssen ja in die zukunft in die 3d welt weil hier kommt man ja nicht raus beziehungsweise hier kommen wir ja zudem wikingerdorf so hier ist alles getaut jetzt kann man ja auch raus so ich habe nicht wieder mal ich gucke meine eigene folge gerne mal an gerne ich gucke sie mir an einfach um zu checken ob die qualität stimmt ob ich irgendwas verbessern kann und dergleichen ab und zu guck so fällt mir ab und zu mal auf was auf wenn ich einfach wie jetzt in unserem fall nicht weiter kommen und zwar wie ich weiß nicht könnt ihr gerne mal reinschreiben in die kommentare wir waren das eine maier schon oben bei der statu in dem glauben der hoffnung dass wir den nymphen da oben treffen und da ist mir eine kleinigkeit aufgefallen und zwar war das so gewesen dass es da geglitzert hat aber die nur an einer stelle geglitzert und das denke ich mal würde mir gerne mal anschauen vielleicht hilft das uns jetzt entscheidend weiter und zwar war das in der in der gegenwart das heißt in der zeit 16 bit grafik also hier mal rüber hier zu unserer lustigen reiseteil so da hat es nämlich genau in der mitte von dem zerstörten margeliten nämlich geglitzert da haben wir sie mal hin und die sache einfach untersuchen und zwar über die richtige zeit und zwar in die zeit 16 mit gegen war so da sollten wir mal probieren das ist mir wie gesagt aufgefallen weil sonst habe ich eine hänger partie oder ich bin da langsam mal auf eure ideen und vorschläge angewiesen wo wir ja weiter kommen können wir haben ja so an vielen ecken der baustellen manche kommen wir nicht weiter so und zwar kommt mal mit und zwar genau da da sieht man das glitzer meine ich genau ich weiß da haben kurze spacer und da ist die nymphen großmutter fiener und kein bisschen verändert meine schätzchen aber wie das ist das erste mal dass wir haben uns schon einmal getroffen als du zum nymphenwald kam so lange ist das her aber dir muss es erscheinen als sei es erst gestern gewesen ich habe erinnere mich nicht einmal wir haben uns nur kurz unterhalten damals war ich nur eine junge nymphin unter vielen doch als ich heute menschen sah erfüllen von grenzloser hoffnung und überschwemmende begeisterung beschloss ich die welt auf eigene faust zu erkunden also verließ ich den bald auf den nimmerwiedersehen obwohl ich wusste dass diese entscheidung mein leben kürzer machen würde so habt ihr also finrod kennengelernt ja meine reise begann mit allen jenen orten die ich nur vom hören sagen kann denn die welt ist schon schön und so zerbrechlich kein tag ist wie der letzte nie habe ich mich so frei geführt schließlich traf ich deinen großvater finrod ich muss sagen er hat er sich ganz schön erschreckt als sich eine nymphe begegnete viele jahre später als auch seine letzte kräfte ihn verließen erinnert er sich dass er einst einem etwas verrückten mädchen versprochen hat sich hier wieder zu treffen seit jedem tag warte ich jetzt warte ich hier oh großmutter es tut mir so leid die ganze zeit wartet ihr euch so nah ich bereue gar nichts ich finde ja es ist wahr mein leben war kurz aber ich habe in diesen kurzen jahren mehr gefühlt als in einer ewigkeit im wald ich bin nur nur traurig dass ich diese welt hinter mir lassen muss dass ich meine enkelinge nicht in meine arme schließen durfte erleben durfte wie es aufwächst und sein glück findet oder ihm seinen abenteuer helfen durfte oh großmutter aber ich hab ihr habt mir doch geholfen jedes mal wenn ich meine kräfte einsetzen um vor allem zu helfen wart ihr bei mir danke danke meine süße finja danke liebe enkelin lebe jeden tag als sei es dein letzter und koste jeden moment vorall aus denn deine zeit ist begrenzt nimm das alles mein abschiedsgeschenk an ok und was kriegen wir großmutter lebe wohl ok glitzerdink aufnehmen und was finden wir gefunden nymphenträne genau wir haben eine nymphenträne wir kommen in den nymphenwald weiter super geil omato würde ich mal sagen so das war eigentlich auch mehr zufall ich bin über den blitzern ging und habe einfach mal space gedrückt gehabt weil das anders anders also die do something taste das ist ja die die action taste die auch bei der bei vielen anderen sachen immer irgendwas aktiviert und sie da wir haben die nymphenträne wir haben ein neues ziel eine neue aufgabe so in den nymphenwald zu den nymphensittigen wir sind auch rein zwischen einer zeit wo wir dahin kommen schüppern wir mal runter die träne der nymphen ich bin ja bin ja sowas von euphorisch zu sagen so mal gucken wir jetzt weiter kommen so und du musst echt ein stück von vorne anfangen weil sonst läuft nichts ich weiß ja nicht wo wir die nymphenträne abliefern müssen ob wir die irgendeine davon wird großmutter sein ja die sagen ja leider keinen namen so schade wäre interessant gewesen wäre von den vielen uschis hier die großmutter von finia gewesen wäre so reden müssen wir mit dir noch mal reden ja ihr müsst ihr fragment des magisches zu finden wora gehälfte im heiligen heim alles klar heiligen heim habt ihr die nymphenträne am heiligen heim verschmelzen verschiedene zeiten passt also auf dass ihr euch nicht verirrt so heiliger heim aber nicht der heilige behind sondern eher so im sinne von wald das sieht schon mal interessant aus und busch ja wenn man den richtigen nehmen wir die war die hecken mutti so ich möchte bloß noch nicht auf das komische ding da treten das macht mir Angst und das da unten macht mir auch Angst und ein baumiges Gesicht macht mir auch Angst also es ist ein ganzer horror weit wie weit der weit horror ist oder nicht das werden wir wohl heute nicht mehr fahren weil unsere zeit ist nämlich rum mit unserem lustigen let's play evalence 2 und dann geht es beim nächsten mal weiter und zwar morgen so zu vergleich morgen aber erstmal kommt noch hier die endcard das hier am ende ist die endcard auf der endcard gibt es eine video empfehlung und zwar unboxing let's und zwar unboxing der loot chest loot chest november haben wir ausgepackt könnt ihr mal reinschauen was drin war das werdet ihr hier erfahren und weitere unboxings findet ihr dort auch wenn ihr bock auf unboxing und evaland haben dann abonniert den kanal werdet ein teil der gruppentherapie das würde mich persönlich sehr freuen freuen wir euch wenn ihr auch bei facebook und twitter begrüßen könnt da gibt es eine ganze menge infos links zu der urs dazu unten in der video beschreibt ganz nah bei den kommentarbereich kurzes feedback wäre ein daumen da oben würde mir freuen ein daumen da unten ist auch okay damit kann ich umgehen denn ich bin macbook agon sagt servus und ade